Most of the day Aumar nennen weiß ich es nicht Auma Hört sich an wie Aima So hab ich das ja eh immer verstanden wurde Ah, wir haben noch zwei Slums Ja, ich sag ja aber Aima Aima.... Nichts? Läuft das anders Das heißt ALMA mit A Ja, ALMA Ja, genau Mit L noch, ne? ALMA Ja ich hab's gesagt Ok Halt die Scheiße jetzt Ne, jetzt ist die Zeit los, ich geh nach Hause Tschüss die Welt ohne mich retten, ja? Ich pack jetzt Plätzchen! Nein, warte auf mich! Das fand ich so gemeint! Warte! Warte! Duck dich mal! Oh ja, geil! Kakao! Oh ja! Ich kann noch nicht mal sprinten, Wichsi! Ich hätte mich jetzt mal in den Videolive ducken sollen! Was hast du gesehen? Nein! Hier kam so ein Skedettkorb hochgeschissen und er hat mich angeguckt! Ja, echt jetzt? Ja! Mir kam nicht! Hier sind bloß gerade Beine runtergefallen! Lol, Alter, mach das nochmal! Oh, was? Boah, hast du gesehen? Die Schockwelle! BAM! Boah! Nee, nicht das meinte ich! Ich hab grad gedacht, dass... kam so ein dumpfes Brrrrm! Als wenn du gegen so ein Metallding gehauen hättest, aber weil das hier drin so schallt! Ich hab gedacht, das kommt von deinem Schuss! Jo, kommt es auch! Es kam grad schon wieder! Komm mal her! Komm mal, geh mal hier in die Mitte! Komm mal nochmal! Treff mal! Treff mal irgendwas anderes! Pst, pst, pst! Jo, jetzt! Alter! Ist das was lastig! Meine Hände sind überhüllt! Ah, ah! Ist das heiß! Ah, ah! Ah, heiß! Ich brenne! Guck mal, ich brenne! Ah! Oh, Sonne! Ah, ist kaputt! Iiii, Tageslicht! Ekelhaft! Wieso können wir eigentlich nicht sprinten? Ja, wir fahren nämlich auch die ganze Zeit! Weil wir mit den Füßen dann scheiße sind! Lol! War die da schwanger? Nicht! Die stand da gerade schwanger! Oh, Mann! Ja, irgendwie muss sie ja unsere Mutter geworden sein! Ja! Lass uns wegrennen! Lass uns wegrennen! Lass uns wegrennen! Wir töten schon die ganze Zeit 10.000 Gegner! Wenn wir einen Typisieren oder eine Tasche, dann wären wir natürlich weg! Warte mal, ich kann nicht eh halten! Ja, du kannst die Tür zu machen! Ja! Ich kann sogar sprinten jetzt! Lass uns in Seele! Lol! Das ist doch die komische! Oh, Kniffte! Ich bin wem! Ich mag das nicht! Geh du vor! Okay! Mach mir gar nichts aus! Du hast die noch nicht mal weggemacht! Ja, die haben wir... Guck mal, du hast die ange... Also die ist so rumgewappelt! Ja, ist die bei dir auch! Aber die ist nicht weggegangen! Mir ist gerade eiskalt... Geh weg! Mir ist wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen, ne? Wo ich durchgelaufen bin! Weißt du jetzt? Warum? Ja! Ich weiß, ich hasse Spinnen! Achso! So, was ist jetzt hier? Weiß ich nicht! Es regnet auf jeden Fall! Oh! Oh! Da ist irgendwas hochgerannt eben! Oh, hast du gesehen? Ja! Oh, ich will ja weg! Mama! Renn! Renn! Ich kann nicht sprinten! Doch, jetzt! Was? Was? Mich hat nichts gesehen! Weil ich gesprintet bin, war ich halt so weit vorne! Und ich stehe so hier und er kommt so von rechts nach links so... Gejumpt! So vor meiner Fresse, genau! Krass! Mir war das nicht! Uwe! Ich hör was! Es ist schön, dass es auch eh... Es ist schön, dass es deutsch vertont ist! Kommando! Hier Echo 3-1! Wir haben ihn! Hauptsache es sieht gerade aus, als wenn die mich umgeboxt haben! Wir kommen aus der nordwestlichen Ecke von... Was ist das denn viel? Ich hab keine Ahnung! Loll! Übertreiben! Ich hoffe nicht, dass wir gegen das zu kämpfen müssen! Aber das wäre cool! Das würde bestimmt Spaß machen! Da guck! Sie ist schwanger! Ja! Echt! Und nackig! Das sieht aus wie so'n Zendermensch-Schatten! Oh mein Gott! Sie weint! Wir müssen ihr helfen! Freunde! Wir müssen ihr helfen! Wirklich! Schnell! Loll! Kann man jetzt echt zu ihr... Ach guck mal! Er hier! Ich... Du... Du hast da was verloren! Guck mal! Der lebt noch! Jetzt ist er gestorben! Aaaaah! Kannst du schießen? Bei mir kommt gar nichts aus seiner Hand raus! Ja, ich schieß gerade! Bam! Beam! Boom! Jetzt! Aber wo du auf ihn geschossen hast, kam nichts! Echt nicht? Nee! Ich find das voll geil mit dem Kimmo und Korn! Wenn ich dich... Aua! Jetzt ist der Kopf ab! Einzhaft? Nee, aber sein Arm! Sein anderes Bein? Ist das auch ab? Ja! Tatsache! Bei mir ist das nicht ab! Aua! Geh mal weg! Ich werde dich auch reifen! Oh jetzt ist das Bein echt ab! Und der Kopf auch! Komm! Wie er rumwappelt! Komm! Los! Bei mir ist der Kopf noch dran! Ja bei mir auch! Ahaha! Man sieht seine Zähne! Ich mach jetzt den Arm ab! Ja! Jetzt ist der Arm auch ab! Ja bei mir auch! Okay! Wir gehen weiter! Das lassen wir ihn mal! Genug gespielt! Sonst petzt er das nicht aus seiner Mutter! Oh! Guck mal! Kekse! Oh geil! Kekse! Wo denn? Geh weg da! Und Klopapier für danach! Lol! Hab ich das jetzt da rein... Achso! Ich will das da reinpacken ins Feuer da! Vielleicht brennt das ja! Ja! Das wär zu cool! Neu! Okay das war cool! Immerhin! Ja dann geht's kaputt! Ja! Aber es ist einfach nur weil die die gemacht haben dass auf dem Feld da einfach Schaden kommt! Beim Schaden? Geh ich auch mal raus! Ich muss ganz kurz popeln mit meinen Daumen! Kinder macht das nie mehr zu Hause nach mit dem Daumen popeln weil dann werden eure Nasen durch ja so riesig! Hast du gesehen? Die fußt wurden! Die fußt wurden! Die fußt wurden! Gehen die zurück? Bisschen wir zurück gehen? Ne oder? Guck mal! Ich glaub es ist grad einfach jemand zu uns gelaufen! Hm ok! Oh komm mal er hier! Heeeey! Lass uns mal zu sein da oben! Komm runter! Komm! Deck dich doch zu uns! Wieser dich! Blubb! Tja! Ne ich hab ihn hochgeschossen! Äh wie hässlich er aussieht! Oh! Hässlich der vom Hund! Entschuldigung war er nicht! Soll ich geh mal davon aus dass wir hier lang müssen? Ach da lang! Ich kann schon wieder nicht die Luft zerreißen! Ich auch nicht! Aber es ist halt wenn wir mit den Knien tief in der Scheiße sind! Oder? Guck mal! Guck mal! Ich bin ja auch mit den Knien in der Scheiße da so ne? In dem Wasser ne? Ja! Wenn du aber selbst runter guckst und deine Beine und Füße siehst! Wenn du dich jetzt so bewegst sieht man die ja! Dann bist du auf dem Wasser! Also du gehst auf dem Wasser! Ne bei mir nicht! Bei mir schon! Ich geh auf dem Wasser! Ich seh meine Füße zum Beispiel nicht! Ich seh nur meine Knie! Wenn ich runter gucke! Meine Füße! Wieso spiegelt das Wasser mich nicht? So seh ich meine Füße! Aber so nicht! Krass! Ich seh meine Füße auch so! Ich geh über Wasser! Guck mal ich mach auch keine Geräusche wenn ich über... Was? Na gut! Helikopter! Genug analysiert! Mano die Nase juckt schon wieder! Was ist denn da? Ich hab da irgendein Haar sowas! Richtig nervig juckt! So warte mal kurz! Kommen wir hier in die Ecke? Ja! Sekunde um kurz! So! Und mal ganz kurz! UNTERBRECHUNG! Sekunde! Was ist los? Hä? Wie lange nimmst du noch? Weiß nicht! Wir haben ja dem ja erst angefangen! Wieso was möchtest du denn? Ist fertig? Zeig mal! Ist fertig? Zeig mal! Na dann kannst du das füllen! Na dann kannst du das füllen! Und was sieht das hier? Ah! Und ich mach mir extra die Arbeit und mach nicht jedes einzelne aus! Weil da waren ja schon überall Striche! Das heißt da hättest du das so oder so jetzt jedes einzelne ausgebaut! Okay! Gut! Fanny wie lange machen wir noch? Weiß ich mir egal! Ähm! Schatz halbe Stunde? Ja? So dann nur noch eine halbe Stunde und dann... Dann haben wir auch eine Stunde aufgenommen! Was? Okay! Okay! Ja halbe Stunde und dann können wir ja Film gucken oder so wenn du magst! Ja und du tut mir schwer leid Profi! Wir können auch hier Pause machen also! Wir können doch morgen oder lieber morgen oder irgendwann anders weitermachen! Ne wir machen erst noch halbe Stunde oder so und dann hab ich erstmal was! Okay! Gut! Ich mach weiter ja! Mhm! Gut! Ähm! Sekunde! Sekunde! Hä? Willst du wieder? Was? Das ist ein bisschen laut! Das ist ein bisschen laut! Okay! Hey! So! Sekunde! Okay! Dann! Bist du soweit? Mhm! Mhm! Drei, zwei, eins! So! Weiter geht's! So! Ich kann immer noch nicht sprinten! Seh jemand? Wo? Hier! Äh! Teilen! Teilen! Wie nett bist du! Teilzimmer brüderlich! Klar! Na klar! Na klar! Ich kann immer noch nicht sprinten! Warum nicht! Weiß ich nicht! Kannst du sprinten? Ja jetzt kann ich sprinten! Oh! Lol du bist doch einmal weg! Wow! Hä? Lol hä? What the fuck! Ok! Oh! Ja! Oben, auf dem Balkon! Das eine! Welchen Balkon? Ach! Über mir! ich konnte sogar den balkon an sich kaputt schießen also seine deckung ich finde die grafik echt geil ja ist auf jeden fall ist ja auch nicht gerade neu das spiel ist kein minecraft auf jeden fall fällst du von dem spiel war mega du hurensohn aber ich finde das einzige was mich so ein bisschen in den zwischensequenzen stört ist das blut zum beispiel in der einen stelle in dem intro wo die das blut aus der stirn gekommen ist na was soll er so 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 das ist ja das ist die kunstblut oder heller ketchup oder sowas ja gut das stimmt das hätten wir noch ein bisschen schöner macht ich schon mal ein bisschen nur mal um die ganze gegner aus der deckung zu locken ja toll ich habe richtig gute kann hatte lol kann man jetzt da mit so einem botnick ding rein oder was ja oh fuck ist vielleicht tot also was liegt hier liegt auch wieder eine schrotflankt habe ich kein bock weil ich habe ihn gar das genick gebrochen ernsthaft ja also ich habe ihn so ins gesicht geschlagen das ist der kopf wie wird es umgedreht ist ein bisschen doof dass die gegner hier auch in den höheren positionen lol wie das aussieht wenn sie so in den reinjumpst hier liegt robter oh 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 hinter dir ach so die hast du gerade nur da oben stand einer hier ist der hirnband wo ist er jetzt? wo sind die? ich weiß es nicht aber fuck da ist einer wahrscheinlich wird man nur mit einem helikopter fliegen können na gut wir sollen uns einen helikopter suchen äh gefunden man wieso beleidigte ich mich immer dazu und so und du weißt gar nicht wer meine mutter ist du hoschi du wirst das nicht machen zu wiederholen so und jetzt habe ich aber willst du snipern? ojojo sniper geil geil ich konnte sogar die pistole jetzt dafür weglegen geil oh mein gott jetzt habe ich dich getroffen du bist grad voll durch meine schusslinie gelatscht aber ich sehe deinen scharfschützen dingens mein was scharfschützen dingens dein laser point glaube ich habe ich reingesehen mein red dot oder was ja ja ich treffe den hoschi nicht ich weiß gar nicht wo die sind unten jetzt geht einer grad hoch wow quickscope action hier oh ich gebe hier nochmal eine mit so okay ich glaube das wars oh god was ist der kopf wo ist hier ein kopf wer ist hier ein kopf wer hat mich kopf genannt versteck mich gar nicht du versteckst dich hä versteck mich gar nicht du versteckst dich du arsch wir stehen hier so auf offenem feld ja komm raus du arsch ja 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 ich habe ihn hier lol wie ich auf seinen kopf gezielt habe aber trotzdem nicht getroffen habe da oder ist der kopf da ist der kopf zerplatzt leck mich am arsch ich glaube ich habe jetzt mal nicht hoch oh nein ich habe nur noch einen schuss oh nein findest bestimmt ein neuer sniper findest bestimmt ein neuer sniper ich muss auf dich warten hier durch alle auf alle auf wir vor mir runter jump what the fuck mit mir deckung scheiße nächste schimpfwörter bitte scheiße gesagt wollen wir hier nicht haben ne boah wie ich so übelst runterrutsche ich klebe so halb auf dem bildschirm ach hier ist so wieder so ein sehband teilen oh ich hätte gern neuer sniper muddi hier ist kein sniper muddi oh runtergefallen oh du musst ja auch runter wir warten auf andere spieler und mir geht langsam mein typi hier aus der geht dein typi aus ja bist charlie 26 alpha bist charlie 26 alpha ja bist du einer du bist kein charlie 26 alpha du arsch du bist tot das bist du oh oh granate oh jo granate oh geil lol wie er sich den tisch zurecht schiebt hast du das gesehen ich dachte gerade der ist weggeflogen so ne er hat sich den zurecht geschoben achso gerade auf andere spieler wieso bin ich nicht mehr vorne weiss ich nicht weil ich so der tank bin so ne brennst immer vor da alle outs so so letztes schuss in der sniper war ein headshot sehr nice hier noch irgendwo einer wieso wichser wer ruft hier Junge bleib stehen wo bist du sag mal wo denn raus wo denn raus ja jetzt hab ich dich bl 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 alle beide drauf ja er war er war ein bisschen tot hier ist schon wieder irgendwo einer hier ist schon wieder irgendwo einer ach da den hab ich gerade nicht gesehen aus meiner position oh wir müssen wir lang ich weiß nicht und das ist so ein geschlossener area hier ja ich weiß auch nicht wo wir langen müssen ja ich weiß auch nicht wo wir langen müssen was hier in dem haus rein und warte mal hier kann ich hier kann ich die treppe runter gehen oh ja hier ist einer boah ich bin fast tot man gibt mir einfach mal eine mit ja warte auf andere spieler hier ist richtig da hallo hi ciao ich glaub es hat aber meine Nase juckt schon wieder war hier nix? ne da war nur ein umgedrehtes tisch warum auch immer ok hab ich irgendwie nicht verstanden aber egal hey hey ach so das ist bloß das sind die in einheimischen hier halloi ich hab ihnen voll einer mitgegeben und der macht einfach eiskaltes Fenster zu Deutsche lernen dir aus dem Weg zu gehen alter du ballerst mir immer im Rücken so weil ich hier immer die witzenden Dings rein rennen nimm uns nicht Hurensohn wow ich hab immer noch keine Sniper gefunden nooo kommt bestimmt noch warte auf andere spieler ja gut ist normal dass du immer vorne bist ich mein du portest dich ja nach vorne naja schon so schnell rush ich einfach nicht hinterher naja schon so schnell rush ich einfach nicht hinterher probieren sie denn mit einer hier gibt es ja zigtausend von diesen Joyce Dings werden sie echt mal wieder seltener machen können ob man die auch suchen muss ob man die auch suchen muss gut ich weiß jetzt halt nicht ob der schwarz weiß alter ich weiß jetzt nicht ob Gegner killen auch EP gibt ne werfen hast du irgendwo so ne Kugel in der Hand oi das Ding oi oi da kommt irgendwas großes oi jo ich guck mal lieber weg guck mal her ey da kommt so nen Mäsch hier ist Panzerfaust da wo ichs bin so viel zum Thema okay ey ich hab glaub ich ne ich hab glaub ich ne EMP Granate oh fuck da ich muss mich hier ein bisschen verstehen grad weil ich bin fast tot ja das ist ne EMP Granate ach so ich hab den Raketenwerfer ich hab den Typ mal mit einer Rakete am Kopf ach du scheiße das Ding steht ja jetzt gleich hier vorne scheiße das ist ja oh ich krieg heute mit's aufs Maul oh danke dass du grad das Ding machst kein Problem ich muss nur bescheid sagen das ist alles wamm ist da ich krieg so oft die Fresse gerade ne ja und ich hau den grad überfresser hier ist so viel Panzerfaust hast du dir den Panzerfaust genommen? ja da war aber nur ein Schuss hier ist noch geh gegenüber oh ja ich bin tot fuck ich schraube ich schraube ich versuche es jedenfalls Attacke ich komm mir nicht durch verdammt warte beil dich beil dich beil ich bin bei der Hälfte wie lange hast du? ich lieg auf der Straße ja ich bin auf dem Weg oh der Outdings kommt genau zu dir oh das ich mach an dem Scheißding hier hier komm komm ich bin nicht schade oh fuck naja ich würd sagen das ist ein guter Punkt um die erste Season zu pausieren ja ja das auf jeden Fall ja gut hat's Spaß gemacht auf jeden Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss